So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Prison Architekt. Heute ist Montag und wir sind bei unserem großen Gefängnis angekommen. Ja, wie wir sehen ist es gerade Nacht, hier gibt es keinen Strom. Warum gibt es hier keinen Strom? Ach, jetzt gibt es hier Strom. Strom für alle. Hier können wir die Pläne eigentlich bis jetzt hier die hier, ne, die machen wir da noch nicht raus, die machen wir hier die hier raus, die haben wir jetzt schon gebaut. Da brauchen wir keine Pläne mehr. So, dann können wir hier mal unser Repertoire an Bänken erhöhen und tischen. Ich habe gerade überlegt, ob wir hier ein bisschen freilassen, dass wir hier durch können, aber ach, die suchen sich schon irgendwie den Weg hier. Ach komm, Bremse. Ja, dann beschleunigen wir das mal, das sind den Aufbau hier, schlafen wir eh jetzt gerade alle. Ach, halt, da finden dann noch Bänke. Einrichtung, Bank, rotieren. So. Haben wir jetzt hier mit Bench, Table and Canteen. Okay. Äh. Okay, gut, naja. Jetzt hätten wir auch noch übersetzen können, aber egal. Das ist ja, wir sind froh, dass wir überhaupt eine Übersetzung haben. Das ist gut. So, äh, die haben ja alles. Wir können mal hier ein neues Fundament bauen. Wie haben wir das? Ich wollte mal eine Baumfarm hinmachen. Genau, das kann ich noch in Erinnerung. Deswegen bauen wir aus Beton. So. Mal gucken, ob sie es noch schaffen, das in der Nacht zu bauen. Ich glaube nicht, aber... Deswegen werden wir das Tier verriegelt. Oh. Oh. Haben die einen Gang gefunden? Nein! Normal. Zeit auf normal. Jetzt werden hier erstmal alle Sicherheitskräfte hierhin geordert. Alle verfügbaren Einheiten. Dahin! Schnell! Rennt! Rennt! Ihr geht da rein. Ja, genau. Ihr habt sie gesehen. Ihr habt sie erfasst. Ihr habt sie auf dem Schirm. Ja, schlagt sie! Oh, Leben am Limit. Scheiße. Das muss ich mal hier erweitern. Sonst fällt uns das Strom noch demnächst aus. Gut, genau. Da ist der Hund. Ausbrüche. Ah, der Elektro-Schocker! Krass! Nein! Nein! Rennt zurück! Hier! Hier! Seht ihr den nicht? Da! Kackt! Was? Was? Was steht da? Kackt! Nein! Seht ihr den nicht? Der hinter! Was ist mit dem? Warum rennt er denn zurück? Was ist mit dem passiert hier? Ach du, ich hab... Ach... Da! Was macht der Hund? Ach, ich hab... Ich hab keine Ahnung. Ich hab kein Verständnis dafür. Ich hätte... Nein, 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 nein. Wir wollen heute kein Incoming mehr. Intake now. Closed. Closed. Ja, los, Closed. Wir haben keinen Platz mehr. Doch, wir hätten Platz. Wir könnten fünf... Nein, 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 nein. Ein, zwei... Hallo? Ah, fünf. Wir kriegen noch ein bisschen Geld. So, die reparieren wir schon die Tür. Äh... Wo war das? Fundamente, Beton, Tunnel, verfüllen. Genau. Äh... Ach, was ja. nochmal den Tunnel da wieder zulassen, aber muss man die andere Anfänge da vom Tunnel suchen, deswegen. Das kann dauern. So, in der Zeit waren wir hier oben beschäftigt, dass sie das hier mal machen. Ah, wir brauchen Strom. Genau das wollten wir machen. Das wollten wir machen. Strom, 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 Strom. Wir brauchen Strom. Äh, Gen. Hallo? Gen. Ne, warte noch. Wie hieß das Ding? Generator. Ach nicht, das war unter Versorgung. Genau. Ein Generator. Äh. Äh. Ja. Okay. Achso. Deswegen. Und gleich wird nur der Strom ausfallen. Ich wette mit euch. Und dann brauchen wir noch hier Kondensatoren. Und warum haben wir so viel wenige... Ah, ich hab genau das Fundament gebaut. das erklärt einiges. Oh, okay. Okay, okay. Zaun. Ich hätte gedacht, Zaun war früher mal umsonst, aber das hab ich glaube ich schon mal erzählt. Ich weiß es nicht. Äh, Materialien, abreißen. Und dann haben wir ein Schirrengo gefunden. Toll. Also, eigentlich nicht toll, aber... Schlappen die noch? Ne, die sollen duschen angeblich. Sehe ich wie sie duschen. Ja, der geht duschen. Das ist gut. Die gehen auch duschen. Das ist auch gut. Gleich kommt da oben die neuen Pool. Und warum kommt? Ich dachte gerade, die kommt nicht mehr überwagen. Ach nee, die kommen jetzt in einer Stunde. Genau. Gut, die suchen noch alles durch. Die sollten wir hier ein bisschen bauen. Ich würde erst gerne diesen... ...diesen Tunnel hier finden. Das wäre... ...das wäre richtig nice. Ja, das war's gewesen. Darauf hab ich gewartet. Was ist mit dem hier? Oh, tot. Scheiße. Na, was macht der hier? Der soll jetzt mit hier bauen. Geht die Tür noch auf? Ja gut. Da brauchen wir erstmal keinen Strom. Solange nicht der neue Generator installiert ist hier, geht's noch. Ah, da haben sie einen Tunnel entdeckt. Endlich. Okay, krass. Das ist wie ein großes Tunnelnetz hier gebaut. Ich weiß nicht, kann man sich dagegen irgendwie wehren? Äh, das reicht mir schon gerne. Die können sich gerade sicher aufhören. Ich möchte jetzt hier gerne den Tunnel verfüllen. Genau. Danke. Hm. Naja. Diese Grube wäre hier auch unnötig gewesen, aber wenn die meinen, dass sie das machen müssten, dann sollen die das ruhig machen. Ich bin eigentlich nur hier. die diesen Generator haben, aber... Okay. Äh, anschalten. Ich mach die jetzt schon mal hier an. Anschalten. Anschalten. Oh, da wäre ja noch ein Kondensatorplatz gewesen. Okay, wartet mal. Äh, da gucken wir mal. Materialien. Machen wir hier gleich mal. Äh, nee, fast irgendwo war das. Ich mach's immer wieder falsch. Oh, da gibt's noch dieses Kontrollsystem. Das kann man auch irgendwo machen. So. Anschalten. Der ist schon, glaube ich, angeschalten, aber egal, mach mal nochmal an. Anschalten. 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 Und anschalten. Und anschalten. Und den hier noch anschalten. So, das muss ich mal ein bisschen hier beeilen. So, den Servicebereich haben wir jetzt schon gebaut hier. Jetzt müssen sie noch den Generator bitte bauen. Ah, da sind unsere Nine-Personers gekommen. Irgendwo. Die gehen jetzt hier gerade alle essen. Oh, die sollten wir jetzt das Ding bauen, bevor die wieder hier rausrennen. Das sollten sie noch schaffen. Ah, da kommen schon die anderen Kondensatoren. Wir können mal hier Materialien, wir können mal hier eine Gehegplatte hinlegen. Achso, Autospeichern, glaube ich, war das gerade gewesen. Ja, geht da rein. Da kommt unser Müll. Kommt der nächste Müll. Ah, genau. So. Da haben sie einen neuen Kondensator. Den können wir jetzt wieder anmachen hier. Strom! So, jetzt bewegen sie sich auch wieder hier nochmal auf dem Platz hier. Wenn sie hier rumlaufen. Weil hier sind ja halt die Gehwegplatten. Hä? Dann machen wir erst mal das so. Wir machen hier erst mal die ganzen Kondensatoren an. Wir machen erst mal hier Stopp. Kondensatoren an. An. Anschalten. Anschalten. Und anschalten. Ach, das ist hier eine Arbeit. Anschalten. 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 anschalten 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 man kann es sein, dass nicht zwei Generatoren im gleichen hinterziehen dürfen ich glaube da war irgendwas gewesen, ich weiß es aber nicht mehr und wenn ich den jetzt hier hochfahre, geht es glaube ich wieder aus genau ok scheiße anscheinend, ok, ich brauche die gar nicht einzeln anmachen ok, das haben wir jetzt gemerkt, wir brauchen die nicht mehr einzeln machen wie machen wir das jetzt? ich weiß es nicht ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen sollen hm, erstmal können wir den jetzt hier wieder demontieren mhm, Einrichtung, demontieren dann müssen wir die Versorgung abreißen naja ich würde nicht unbedingt die Wasserleitung jetzt da weg machen, deswegen nochmal gucken das haben wir hier gefunden, ein Messer, toll very interesting so, die da oben machen, nix aber egal wir machen erstmal Materialien wir machen erstmal jetzt hier Betonmauer machen wir erstmal jetzt hier hin ich weiß nicht mehr, was wir hier rechts rein machen wollten wollten wir hier noch weitere Werkstätten hin machen ich weiß es nicht mehr das ist schon so lange her ich weiß es wirklich nicht mehr keine Ahnung wir machen erstmal hier so einen Spürdetektor hin wollte ich schon sagen, Spürdetektor wie heißen die Dinger? da, wo sind sie denn da? irgendwas mit Detektor Metalldetektor ähm da müsste man irgendwo haben da so 15.000 haben wir im Moment naja die sollen hier alle heißen genau wenn sie in die Essen haben sie selbst recht ich werde die da oben sitzen also jetzt Hofgang Hofgang ah, das wird wieder schrecklich das wird wieder schrecklich was ist der Rest hin? ach, da kommt er noch der nächste Schub wir schicken mal wir schicken mal wir schicken mal hier einen Arzt hin wir brauchen hier einen Arzt bitte und den Arzt schicken wir auch mal da hin so, da können die mal wieder ihre Wunde da verführen so, und schon geht es hier raus schnell auf nicht, dass da noch ein Massenstau hier passiert Freizeit ja, sollen sie Freizeit machen so ja, die können duschen die haben hier so einen großen Duschraum und gehen trotzdem noch an den kleinen aber das ist nicht mein Problem das ist nicht mein Problem die machen ein bisschen Sport gehen ein bisschen Fernseh gucken und da falsch rum gesetzt in den Couch oh Monsterfänger zurückgeschrieben ich schreibe hier mal dass ich in der Aufnahme bin das wäre gut äh, Aufnahme du bist äh Monsterfänger ist offline okay, das ist toll äh wie geht das? ah, gut, hab ich gemacht gut ja ja, was machen wir jetzt? äh, wir könnten wir könnten planen wir könnten da oberst mal die Baumform machen dafür nehmen wir hier von der nee, äh erstmal hier einen Sicherheitswag 200, das wird teuer ja das wird teuer ja das wird teuer und wir haben kein Geld mehr haben wir eigentlich noch Kredite? haben wir noch Kredite? haben wir dich schon zurückgezahlt? ich weiß es nicht mehr das ist schon nee, haben wir schon alles zurückgezahlt oh, okay, gut sehr gut das ist, das Grund gefällt mir hier sehr gut ja so Arbeit wann ist denn hier eigentlich Programm? muss man in den Programmen nochmal gucken Programme wann ist denn hier äh, Sicherheitsunterweisung? von 10 bis 12 Kirchenunterweisung? aha, gibt's 2 sogar da haben sogar viele bestanden Grundbildungsprogramm? 3 interessiert er also in 3 hingehen 6 sind Warteschlange 0 von 1 Teilnehmer bestanden ja, das sind zu schlimm äh, was haben wir denn hier? äh, Lehrsteller als Tischler gibt's da überhaupt was? ne, nur Qualifizierter ja, Gruppentherapie ja, Tatsache was nochmal das ist äh, äh, spirituelle Führung muss ich alles noch bauen dauert noch tut mir leid unsere Zeit sagt, es ist 15 Minuten wir sind diesmal pünktlich denn die letzte Folge war so früh äh, da ist kein Strom das setze ich noch schnell hin äh da, Strom gut, dann bedanke ich mich für recht herzlich fürs Zuschauen ich hoffe, euch gefällt dieses Let's Play euch gefällt diese warum gehen die alle in diese verkackte Dusche ihr habt da so einen riesen Duschraum und geht trotzdem alle da rein wisst ihr was das mache ich jetzt noch oh nein, 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 nein nein fuck wenn man mal nicht aufpasst Zelle wenn man mal nicht aufpasst die soll aus diesem verkackten Duschraum da rausgehen oh das regt dich schon wieder auf und hier die ist gesperrt so, ich bedanke mich fürs Zusehen ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen von Let's Play Prison Architect ich speichere dieses Prison ja, dieses Gefängnis genau und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Tschüss das ich bin ier